Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Ich bin wieder da und der Hilleb auch, ihr habt es gesehen. Ja, und ja, lasst uns hier mal wieder rein starten mit ein bisschen Anno 1602. Ich hoffe, ihr habt Bock. So, jetzt müssen wir wieder gucken hier, was ist denn hier der richtige Spielstand? Welcher war es? Der war es nicht. Jetzt hat es aber gedauert. Genau, immer da, wo geheult wird, das ist unser Spielstand. Immer da, wo heftig geweint wird. Kein Baumaterial. Da sind wir zu Hause. Da sind wir zu Hause. Schafft mehr Schmuck heran. Wir verkaufen nicht mal wen, also. Setz die Vorsäge. Setz neuen Koks. Setz neuen Koks. Stoppe sind mangelbare. Ankerlichten. Setz die Vorsäge. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist unser nächster Step? Ich würde fast sagen, grau, oder? Obwohl, der hat nur Weintrauben. Ja, Tabak. Es fehlt an Stoppen. Puh. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier war befestigt. Hier brauchen wir gar nicht mehr so viele Leute, ne? Eigentlich. Was ist denn hier los? Es mangelt an Schmuck. Es mangelt an Schmuck. Aber wie wollen wir das beheben? Wir haben Gold. Gold. Gold auf Lager. Ist ja dann eigentlich fast egal, wie wir es machen, ne? Ach, hier müssen wir erstmal... Hier müssen wir erstmal für Ordnung sorgen. I see. I see. I see. I see. I see. I see. Hier. Ja, mehr Schmuck ist halt erstmal einfach nicht, ne? Ja. Jetzt neuen Kopf. In die Wremse neuen Kopf. So. Okay. Kakao und was? Baumwolle gibt's hier. Der Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Er legt sich mit zwei hinan. Das dürfte er aber... Dürfte er nicht schaffen, ne? Wow. Er schafft's halt einfach gegen zwei. What the fuck? Warum? Krass. Krass. Na ja, gut. Äh... Oh, wir brauchen gleich ein neues Türmchen. Warum schafft ihr das gegen zwei, Alter? What the fuck? Oh, Dürre. Dürre ist nicht gut. Ein Schiff wurde repariert. Oh, ja. Es fehlt an Kakao. Es fehlt an Stocken. So. Ähm. Kommen wir nicht drum rum, ne? Wir brauchen hier noch einen Marktplatz. Wie ich sehe. So. Wir sitzen mal so. Irgendwie... Ich sag mal, wie er am wenigsten Schaden macht, ne? Gut. Ähm. Da ist ein Reto rumgefallen. Ähm. Kann auch weg. Ja, ja. Da sind wir dabei. Alles... Alles tutti. Machen wir, machen wir. Wir haben wahrscheinlich hier nicht mal mehr Platz für Webereien, ne? Nee. Nee. Und die paar können wir auch nicht wegnehmen. Im Endeffekt. Geht nicht. Was ist denn da los? Da können wir mal noch eine Bäckerei bauen. Ja, nee. Wir werden Webereien auch hier bauen müssen. Hier auf unserer neuen Insel. Hm. Da kommen wir nicht drum rum. Open sichtlich. Holz würde ich vielleicht sogar erstmal lassen hier. So. Fangen wir mit Baumwolle an. Schön gemütlich hier rein starten. Das macht Spaß. Auf ganz entspannte Rino. Ähm. Wenn wir den hier wegnehmen, sind wir ein bisschen effektiver unterwegs. Ja, 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 ja. Genau. Dann mache ich lieber in der Straße hier rum. Auch wenn ich da von dem Fahrmann was wegnehme. Aber... Juckt. Ähm. Genau. Das macht so wahrscheinlich am meisten Sinn, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist mir einfach klappen. Ja, ja. Ja, ja, genau darum. Wo kümmern wir uns gerade? Ich vergiss immer, dass der das da auch automatisch auswählt. Muss ich mal... Müsste ich mir mal irgendwie merken. Was ist das für Quatsch hier? Wir können mal weg. Der kann eigentlich auch weg. Ähm. Wird so am meisten Simmeren, ne? Okay. Aber drei Stück. Oh, kommt eine Katze rausgekrochen. Aus der letzten Ecke des Büros. Huh. Schon gefragt, was hier poltert. Na du? Okay. Drei Stück. Wie ist denn da... Oh Gott. Was ist denn? Hä? Sollet gut. Ist mein Problem, Mann. Sind das zwei Plantagen? Eine Dings? Ist das die Aufteilung? Wahrscheinlich schon, ne? Oder? Das Volk bekommt ein Baumaterial. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Da ich da sowieso keine 4-4-Plantage hinkriege, werden wir das für die... Werden wir das für... Ein paar... Äh... Na. Webereien nutzen die Fläche. Habe ich mir jetzt gerade so überlegt. So, 5. Machen wir noch eine. Machen wir noch 2. Egal. Machen wir da drüben noch eine. Was soll der Geiz? Hier in die Ecke passt sowieso nix. Können wir es auch so machen. Oder wir machen da dann Kakao hin. Hm. Das kann ich nicht wegmachen, ne? Ist ja auch schön. Ha. Mach's ne Scheiße. Hm. Das ist eigentlich auch... Quatsch, na. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Ich weiß nicht. Es fehlt an die Acker auf. Na, ach, der würde aber dann schon noch Sinn machen, ne? Ja. Ja. Na, komm. Shit on. Was mach ich denn? Muss nur da draufklicken. Sagt es mir doch automatisch. Ja, haben wir das auch irgendwie genutzt. Und dann können wir hier 4 Wehbereien hinbauen. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch Kakao. 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 Wir brauchen aber Stein. Wir brauchen aber Stein. Jetzt kommen wir nicht voran. So. Stein. Werkzeug nicht unbedingt, ne? Oh. Hoppla. Da. 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 Stoppe sind mannema. Es fehlt an Fleidung. Es fehlt an Kakao. Für Stoffe kann er ja schon mal losfahren. So. Ist ja Wayne. Sehen wir doch mit denen im Krieg? Oh. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Dumm gelaufen für ihn, ne? Ähm. Ist echt doof, ne? So. Kakao. Alles kein Sinn, ne? Echt scheiße. Naja. 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 Wieso? So. Kleidungsstücke sind Mangelware. Okay, aber das haben wir ja mit den Stoffen dann automatisch behoben, ne? Ist ja dann egal. Prinzipiell. Tja. 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 Komm, scheiß drauf hier. So, nicht ewig damit aufhalten, ne? So, nicht ewig damit aufhalten, ne? So, nicht ewig damit aufhalten, ne? So, dann machen wir mal was ausprobieren hier. Ja, die Fläche ist halt im Arsch, ne? So, kann man nicht anders sagen. Kacke. Das ist ja doof. So, you mulling this. So, dann versetzen wir das um eins nach hinten, oder? So, das macht ja auch keinen Sinn eigentlich, ne? Hm, scheiße. Ich will es dann wenigstens irgendwie sinnvoll verbaut kriegen, wisst ihr, was ich meine? Aber besser wird's... Offensichtlich nicht. Was willst du machen, ne? Na ja, gut. Ähm, wie weit ziehen wir den Kakao jetzt noch? So und so und so und im Notfall da noch ne Baumwald-Plantage? Na komm, mach mal so. Können dann immer noch umstellen, wenn wir was brauchen. Überprüft eure Handelsrufen. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, mit Absicht. Das glaubst du oder nicht? Ich bin halt ein Arsch. Okay. Hm, warte mal. Hm, warte mal. Alle sind's am rumholen, aber die Stadt wächst. What the hell? Ich würde eigentlich mal davon ausgehen, dass hier nicht so viel passiert. Weil man weiß ja nie, ne? Oh ja, Steine brauchen wir. Für unseren Herrscher. Es fehlt Ankleidung. Guck mal, aber Stoff haben wir jetzt mehr als genug. Sehr gut. Sind denn da irgendwelche Schneidereien, die nicht arbeiten? Arbeiten eigentlich alle, ne? Überprüft eure Handelsrufen. Für unseren Herrscher. Zu diensten, mein Fürsten zu befehlen. Für unseren Herrscher. Zu diensten, mein Fürsten zu befehlen. Kleidungsstücke. Mangelware. Kleidungsstücke. Wo kriegen wir noch eine Schneiderei hingepresst? Das ist die Frage. Überprüft eure Handelsrufen. Ganz offensichtlich ist das die Frage. Ganz offensichtlich ist das die Frage. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wo wir hier noch. Schneidereien geballert bekommen. Ich will aber eigentlich auch keine Häuser wegmachen. Vielleicht so eine Plantage. Brauchen wir jetzt ja theoretisch nicht mehr. Ja, ja. Hm. Das ist wieder eine schwierige Entscheidung. Guck mal her. Jetzt noch Kakao auf. Oh, lecker. Halt ab, logischerweise. Nimm doch mit, du Vogel. Mein Gott. Wenn man nicht immer das selber macht. Hier, fahr. Hm. Okay. Jetzt mehr als genug Stoff, ne? Eigentlich auch mehr als genug Kakao. Holz brauchen wir auch nicht mal unbedingt. Aber wir machen hier so ein Holzding weg. Holz auf einer Nebeninsel 1. Das reicht ja wohl. So. Dann machen wir hier noch so ein Teil weg. Uhhh. Lauf. Oh, tschau. Okay. Es fehlt an Kleidung. Schneide rein. Raucht das Land. Und. 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 Das Volk bekommt ein Baumann. Egal. was. Seitdem. Lauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder mehr Kleidung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Scheint jetzt an Schneidereien genug zu sein Ja, mehr Schmuck ist halt ein Problem, ne? Es gibt nicht mehr Schmuck Mehr Schmuck ist, äh, nicht existent Das, äh, blendet er anscheinend nicht Wo müssen wir noch was befestigen, hat man doch vorhin gesagt Ja, das muss ich noch was Hier Machen wir hier mal ein Forsthaus hin Können wir nicht schaden Oder machen wir es da? Ach komm, scheißegal, ey Überprüft eure Handelsrufen Ja, das muss ich noch mal ein bisschen schaden Ja, das muss ich noch mal ein bisschen schaden Ja, das muss ich noch mal ein bisschen schaden Auf der ganzen Welt Gibt es nicht mehr Schmuck Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Überprüft eure Handelsrufen Steiner Köln Die brauchen nix, seid ich, okay Häh, häh, häh Häh, häh Häh, häh Häh, häh Häh, häh Überprüft eure Handelsrufen Jawohl, mein Fürsten, so ging es mir, mein Fürsten, Herr Scherz. Jawohl, mein Fürsten, Herr Scherz. Es mangelt an Schmuck. Die Jungs und Mädels kriegen wir nicht von der Insel, ne? Bisschen doof. Er nervt komplett mit seinen Handelsruten, Junge. Und da får ich mehr. Soll es gut. So, kein Holz. Wollen wir so wenig Holz? Er ist komplett voll. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ja, jetzt gibt es noch Stoff. Gut. Okay. Äh. Oh, passt schon so. So, ich bin gleich wieder. Alles klar, weiter geht's. So. Okay. Gut. Können wir jetzt hier noch Häuschen bauen? Noch mal wieder ein bisschen was. Ein Gedöns. Oh, keine Ahnung, ob es auch ein paar Häuschen gibt. Er hat auch nichts zu tun. Weg mit ihm. Gut. Dann können wir mal ihn und einmal ihn machen. Dann machen wir hier schön ein bisschen Deko hin. Hübsch. So. Äh. So. 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 Das ist unsere aktuelle Streitmacht plus das da. Quad kısmend Deepika. So piece. So. So. So PowerPoint. So eine kathedrale. Wie geht's? So? Sointellig, dass irgendwas spins bei der Schne 좁abste ist. Ahn Fall war ich nicht. Alter, das Ding ist riesig. Eilig scheiße. Wohin mit dem Oschi? Alter, ist das groß. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Oder? Ja, nicht so wirklich, ne? Wie ist denn es für hier? Also für da? Das würde dann vielleicht bis unten hinreichen, ne? Ja, auch nicht ganz. Schaff mir Schmuck heran. Auch nicht ganz, ne? Wie weit ist denn das Ding? Vier anscheinend? Oh, wir haben nur das Bild an, das sehe ich gerade. Na komm, probieren wir es mal aus. Und das ist das Ding, das ist das Ding. Okay. Okay. Schreibt mir Schmuck heran. Spruchholz. Idioten. Dezente Alkoholprobleme, ne? Die sich da anbahnen, warum auch immer. Die passt, da passt Sinn. Ich weiß noch nicht, ob es das Haus da oben mit einschließt. Na doch, tut's. Cool. Ich weiß noch nicht. Ach da war noch Übel viel Holz. Guck an. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Na ja, gut. So, hier ist das, ne? Genau. Da kannst du doch eigentlich mal Holz mitnehmen. Immer mal so ein paar Tonnen. Hier machen wir jede zweite Fahrt irgendwie fünf Tonnen und dann passt das. Äh, jetzt hab ich Quatsch gemacht. Piss dich, Junge. So. Alter. Warte ein Oschi, ey. Krank. Auf jeden Fall haben sie jetzt alle Kirche. Ist doch gut. So. Jetzt hab ich gesehen, mir ist wieder eingefallen. Beziehungsweise habe ich gerade nebenbei herausgefunden, dass wir die Schulen nicht mehr brauchen. Also alle Schulen, die wir haben, können wir abreißen, weil wir jetzt Hochschulen haben. Es sind unnötige Kosten, die noch laufen. Für immer eine Reise. Nee, du bleibst mal weg. Wir haben sowas bekommen. Das ist viel geiler. Ja. Okay. Gut. Ich bin auch hier so ne ganze Straßenfall machen können theoretisch, ne? Gut. Dann können wir uns noch ein Schloss bauen, aber das ist Luxus, das nehmen wir uns auf. Braucht keinen Arsch. Gut. Und in der weiteren Theorie kann bald noch so ein Dings weg, ne? Ja. Stimmt's. Ja. Hier kann noch ne Plantage weg. Brauchen wir nicht. Geh! Tschüss! Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Überprüft eure Hand als Rufen. Schafft mehr Schmuck heran. Okay. Ein Schiff wurde repariert. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Alkohol wird ein kleines Problem tatsächlich. Auf Dauer. Mehr Schmuck ist halt einfach nicht. Nö. Überprüft eure Hand als Rufen. Hier wird nicht. Junge. Oh, ist der nervig, Alter. Was ist der mit der Handelsroute? Oder 1, 2 und dann lädt alles ab. Machen wir hier den noch, oder was? Keine Ahnung. Affe. Ei, ei, ei. Viel zu viel Stoff. Tatsächlich. Schafft mehr Schmuck heran. Überprüft eure Hand als Rufen. Schiff ist heute. Schiff ist heute. So. Okay. Jetzt kommen wir tatsächlich auch langsam mit der Bilanz wieder klar. Oh, da können wir aber auch ein bisschen am Preis drehen. Das sehe ich gerade. Ja, 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 ja. Ja, ja, schon besser. Ja, ja, schon besser. Dann kijken wir. Wir dann eine Feuerwehr. Scheint nicht. Also brauchen wir eine Feuerwehr Good to know Der Schmuckmangel Kriegen wir hier doch nicht behoben So So, sind wir mit dem immer noch im Krieg? Dann können wir grau eigentlich auch eine Runde abfucken Brauchen sowieso Alkohol So wie ich das sehe Also was soll's Wie sieht's mit dem Holz aus? Er bringt Relativ regelmäßig was Können wir nochmal runterschrauben Machen wir mal so, damit er vielleicht auch hinterher kommt Kommt er gar nicht hinterher Hm Überprüft eure Handelsrufen Es mangelt an Schmuck So Kommt er vielleicht eher hinterher Äh ja Es mangelt an Schmuck Weit nicht ändern, ne Und die Zeit ist auch schon wieder vorbei Meine Freunde Gut Äh, das war sehr erfolgreich Wir haben es geschafft Unser Volk Äh, ja Friedlich zu stimmen Sind alle gut gelaunt Es sind alle sehr gut drauf Es haben alle Bock bei uns zu leben Sehr schön Haben wir geschafft In der nächsten Folge geht's dann Wieder grau oder blau an den Kragen Weiß ich noch nicht Aber da wein hinkommt Alkohol brauchen werden Und der am schlechtesten aussieht Wahrscheinlich grau Gut Alles klar Leute Dann danke fürs dabei sein Und schaut beim nächsten Mal auch wieder vorbei Checkt den Kanal aus Und bis dahin Pass auf euch auf Lasst euch gut gehen Und gehabt euch wohl An Peter Dann Vielen Dank.